Oben ist alles steif, alles verhalten, es geht zu schwer. Also bei ihm allerdings hat sich die Hemmung, das Trauma, das aus schweren Stürzen herrühren kann, erst sehr spät eingestellt. Bei ihm war ja immer das Erstaunliche, schwerer Sturz und nach wenigen Tagen schon. Jetzt wird's interessant. Jetzt kommt dieser 16-Jährige, 48 Kilogramm. Toni Inge Britzen. Inge Britzen. Ja, da geht die Kraft aus. Da geht die Kraft aus. Ja, da geht die Kraft aus. Ist vielleicht ganz gut so. Es gibt so viele Väter, die meinen, sie müssen ihre Kinder mit 16 Jahren zu Weltmeister machen. Und es ist vielleicht ganz gut, wenn sie sehen, bis zur Stabilität, bis zur Reife ist ein weiter Weg. Der führt über verschiedene Verhältnisse, über verschiedene...